Hi zusammen, hier ist der Mio. Letztes Video von uns für euch in 2018. Pavel haben die ganzen Weihnachtsplätzchen und der Weihnachtsbraten noch so ein bisschen an die Couch gefesselt, deswegen übernehme ich heute. Und wir werden heute auch jetzt nicht das Ganze jetzt bei dem grauen Wetter belassen, sondern etwas gemeinsam gegen den Winter Blues tun. Und heute werden wir leichte Kost bevorzugen. Wir machen Bildbearbeitung in Lightroom und werden auch das kalte Wetter draußen gegen etwas Wärmeres und Freundliches austauschen. Deswegen also den Pulli brauche ich jetzt nicht. So, passen gekleidet, raus und ab in die texanische Landschaft, um Bilder zu bearbeiten. Letztes Video von uns für euch in diesem Jahr. Und deswegen an dieser Stelle schon mal vorab vielen herzlichen Dank für euer ganzes positives Feedback und eure Kommentare, auch dass ihr den Kanal abonniert habt. Wer es noch nicht gemacht hat, kleine Glocke drücken, abonnieren, wird uns natürlich freuen. Und wenn euch das letzte Video mit den vielen Pferdchen, dem Auto mit der roten Farbe und dem, in Anführungszeichen, teuersten Objektiv der Welt gefallen hat und ihr uns noch nicht so lange kennt, schaut euch das Video Dirty Light von uns an. Ich habe den Link in der Beschreibung unten drunter nochmal mit reingepackt. Das wird euch dann auch gefallen. Ist ein kleiner Kurzfilm mit einer eigenen Geschichte. Heute widmen wir uns dem Thema Bereichsmasken in Lightroom. Haben wir schon mal gemacht, aber ist ein ganz wichtiges Thema, um in Lightroom sauber zu arbeiten. Deswegen haben wir ein Bild aus Texas genommen, weil in dieser Videoproduktion, in diesem Videotraining haben wir rund zwei Stunden nur Lightroom Workflows drin. Und das Bild, was ihr jetzt gerade seht, das sah natürlich am Anfang nicht so aus. Es war frühmorgens, nicht unsere Zeit, dann noch aufwärts kraxeln, auch nicht unser Ding. Aber es hat uns am Schluss total viel Spaß gemacht, weil halt die Aussicht so schön war. Und man diese ganzen Gesteinstrukturen wunderbar fotografieren konnte. Natürlich ist es so, bei der Rohraufnahme und bedeckten Himmel, die Sonne kam erst später raus, sieht das Ganze natürlich nicht so farbenfroh und nicht so lebendig aus, obwohl das vor Ort eigentlich anders war. Deswegen müssen wir hier ein bisschen Stimmung reinbringen. Und das Mittel der Wahl, neben selektiven Korrekturen mit einem Pinsel, wo man zum Beispiel die Kaktusbüte ein bisschen aufhält, auch das muss sein, sind Bereichsmasken. Warum? Wenn ich auf Facebook gucke, dann erkenne ich Lightroom-Bilder meistens daran, wenn man sich sozusagen nicht viel Zeit genommen hat bei der Bearbeitung, dann um bestimmte Objekte entstehen durch die Radialfilter oder durch unsauber gesetzte Verlaufsfilter, Lichtkanten oder Halos, Lichtringe um bestimmte Objekte. Und da weiß ich, okay, war wahrscheinlich ein Lightroom-Bild. Und wenn man mit Bereichsmasken arbeitet, dann kann man präziser, genauer und natürlicher arbeiten. Natürlich kann man es auch übertreiben. Aber es ist eine sehr schöne Technik, die man immer mal wieder auffrischen sollte. Und genau das, das machen wir heute. Wenn ihr euch das Tutorial anschaut, was jetzt gleich kommt, nicht vergessen, jetzt zum Jahresende, wenn ihr noch ein bisschen freie Zeit habt, ihr kriegt von uns kostenlos die RAW-Datei mit dazu. Ihr müsst dazu zwar in den Shop, ihr müsst euch aber nicht anmelden. Da ist ein Link in der Beschreibung. Anklicken, in dem Text befindet sich dann ein Link zu der RAW-Datei. runterladen und all das ausprobieren, was jetzt gleich kommt. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Was wir hier sehen, ist eine Kaktusblüte. Das ist erstmal nett, aber die Szenerie ist der Enchanted Rock. Und das war ein wunderschöner Aufstieg. Jetzt nicht mordsmäßig hoch, aber wunderschöner Ausblick. Es war früher Morgen, die Sonne geht auf. Also eine ganz tolle Atmosphäre. Die Kamera konnte das so direkt nicht einfangen, weil wir trotz allem starkes Gegenlicht hatten. Und ich habe es absichtlich so fotografiert, damit wir Licht sozusagen auf die Blüte bekommen. Aber wir müssen irgendwie das Bild noch so korrigieren, damit wir Struktur und Farbe im Himmel bekommen. Und das ist in Lightroom überhaupt gar kein Problem. Fangen wir mit den Grundeinstellungen bei diesem Bild an und hellen die Tiefen nochmal auf. Ich weiß, hier wird es dann relativ matt, aber das kriegen wir durch eine selektive Farbzugabe wunderbar korrigiert. Lichter können wir reduzieren. Dann sehe ich so ein bisschen Struktur wieder im Himmel, aber ganz reicht es nicht. Klarheit brauchen wir jetzt hier nicht groß zu verändern. Das wird mir nur die Schattenbereiche zu sehr intensivieren. Dunstentfernen hilft auch nicht. Das macht mir den Himmel kaputt und auch einige andere Stellen im Bild. Ich werde die Dynamik ein wenig nach oben ziehen, was heißt ein wenig deutlich, damit ich hier aus dem Grau was Farbiges bekomme. Soweit so gut. Und bei HSL kann ich jetzt erstmal hier nichts groß machen. Wenn ich bei Luminanz gelb reduziere, dann sehe ich hier ein bisschen was, aber das hilft auch nicht wirklich. Kleines bisschen reduzieren wegen der Blüte hier. Ansonsten fällt mir jetzt nicht wirklich ein, was ich machen könnte. Ich muss auch hier wieder mit einem Verlaufsfilter arbeiten, um das zu korrigieren. Gucken wir uns kurz das Histogramm an. ISO 100, also nachschärfen, rauschen, entfernen, klammer ich hier in dieser Lektion auch nochmal aus. Gehen wir stattdessen zu einem Verlaufsfilter und ziehen einen Verlauf mit gedrückter Umstelltaste über den Himmel runter bis zu den Kaktusblüten. Jetzt machen wir es so, dass wir den Himmel einfach selektiv abdunkeln. Schaut mal, hier sehe ich doch jetzt viel deutlicher, dass es tatsächlich einen Himmel gegeben hat. Wunderbar. Tiefen können wir ein kleines bisschen aufhellen. Weiß bitte unverändert lassen, brauchen wir nicht. Dann gehen wir hier zur Farbüberlagerung und legen da auch nochmal ein kleines bisschen Orange drüber, damit es alles harmonisch ist. Und diese Überlagerung, die gilt wie gesagt nur für die hellen Stellen, also den Himmel selbst und nicht für den Berg, der jetzt unzulässig abgedunkelt wurde. Das heißt, auch hier muss ich sagen, Bereichsmaske und nicht Farbe, sondern Luminanz. Wobei hier ginge wahrscheinlich auch beides, weil der Himmel ziemlich homogen weiß war. Aber nehmen wir Luminanz und klammern die Schattenbereiche aus, indem wir den linken Regler bei Bereich nach rechts schieben und hier die Schattenbereiche sind damit nicht betroffen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich mache die Maske ein kleines bisschen glatter, weil hier habe ich keine deutlichen Kanten, keine deutlichen Strukturen, nur hier. Und so passt das ganz gut. Jetzt, wo die Maske stimmt, könnte ich sogar die Sättigung noch ein klein wenig nach oben fahren und das Ganze vielleicht sogar noch ein wenig dunkler machen. Und hier bei der Farbtemperatur einfach noch ein bisschen mehr in Richtung Gelb und in Richtung Magenta gehen. Und so sieht es doch schon viel, viel, viel freundlicher aus. Ich bestätige also mit Fertig. Und jetzt lege ich, weil von hier kommt die Sonne, jetzt lege ich hier einen Radialfilter drüber. Der soll das warme Licht, was von hier kommt, noch einmal widerspiegeln. Wählen wir also einen Radialfilter aus. Auch hier Orange, Magenta, leicht aufhellen, nicht zu viel. Weiß nicht, Tiefen brauchen wir nicht. Lichter auch nicht. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Also ich einen schönen großen Radialfilter. So, sogar noch ein bisschen größer. Lichter nach unten. Und die Aufhellung, die sparen wir uns. Ich möchte eigentlich nur richtig schön gelbes Licht und ein bisschen Leuchten drauf haben. Klarheit vielleicht ein kleines bisschen nach oben. Und so passt das sehr gut. Jetzt haben wir eine relativ homogene Lichtstimmung. Gehen wir noch ein bisschen weiter in Richtung Gelb. Und so gefällt es mir wunderbar. Was jetzt noch fehlt, unser Hauptmotiv. Die Kaktusblüten, die stechen noch nicht so deutlich hervor. Das machen wir über einen Korrekturpinsel. Gehen wir also hier oben hin und sagen vorher, fertig. Was machen wir hier? Ganz klar, Gelb, Magenta, weil es sind gelbe Blätter und die müssen deutlich aufgehellt werden. Hier gehen wir von der Belichtung nach oben. Lichter nach oben. Tiefen deutlich nach oben. Weiß, kleines bisschen nach oben. Das sind jetzt alles Bauchgefühlwerte. Klarheit ganz klein wenig. Und wichtig, diesmal sage ich automatisch maskieren. In der Hoffnung, dass Lightroom erkennt, was ich da aufhellen möchte. Und gucken wir uns an, ob das funktioniert. Achtung. Das bietet Anlass zur Hoffnung. Gar nicht mal so schlecht. An den Randbereichen muss ich gleich noch ein bisschen korrigieren. Aber grundsätzlich ist das, was wir jetzt hier produzieren, eigentlich schon ziemlich sauber. Gut, wir sind jetzt hier nicht in Photoshop, wir sind in Lightroom. Da ist es ein bisschen mehr Frickelarbeit. Aber das macht nichts. So. Jetzt sagen wir hier, Belichtung nicht ganz so hoch, weil das ist mir zu künstlich. Das muss man dann immer so ein bisschen justieren. Tiefen nicht ganz so weit nach oben. Und so ist es gut. Jetzt kann ich sagen, löschen. Ich mache die Größe vom Pinsel ein bisschen größer und gehe über diese Randbereiche. Achtung. So. Hier drüber. Und jetzt nehme ich auch automatisch maskieren. Das nehme ich raus. Und an dieser Stelle hier muss dieses Leuchten verschwinden. Und auch hier. Rand ist wieder okay. Jetzt gehen wir wieder zu Bearbeiten und malen in der Mitte noch ein bisschen wieder rein. Jetzt ist es hier in ein paar Sekunden wieder ein bisschen heller. Und ich werde den Regler noch mal nach rechts schieben. So. Jetzt leuchtet die Blüte, obwohl sie geschlossen ist. Sehr schön. Und ich werde jetzt mit ähnlichen Werten einfach einen neuen Pinsel machen und schön großflächig über diese Stelle hier drüber malen. Hier ein bisschen mehr leuchten. Und ich sage auch wieder hier automatisch maskieren. Aber natürlich brauche ich hier nicht so viel wie vorher. Deswegen Parameter so weit anpassen, dass es nur ganz unauffällig wirkt. Sonst passt das wiederum nicht. Die farbliche Veränderung ist mir ein bisschen zu stark. So. Weiß vielleicht dafür ein bisschen höher. Und so weit ist es okay. Was wir jetzt machen können, um das Ganze noch weiter aufzuhellen und gleichzeitig zu kaschieren, ist, eine künstliche Sonne noch mal einzubauen und zu verstärken. Das machen wir über einen Radialfilter. Ich sage deswegen hier fertig. Nehmen wir einen Radialfilter und hier ziehe ich einfach an die Stelle eine Ellipse, wo die Sonne zu sehen ist. Also schon zu sehen ist, aber noch nicht ganz so deutlich rüberkommt. Und das Licht von dieser Sonne soll sozusagen auch die Blüten hier noch einmal deutlicher aufhellen. Ich werde weiß hier nicht groß verstärken, tiefen ein bisschen nach oben ziehen, dafür die Lichter nach oben. Das ist okay. Jetzt haben wir hier nochmal Sonne. Und ich werde diesen Radialfilter duplizieren, hier rüberziehen und an dieser Stelle noch einmal ein klein wenig abdunkeln. Wobei das hat jetzt nichts gebracht, weil hier brauchen wir die Sonne nochmal, aber das macht nichts. Also hier das Leuchten, das verstärken wir auch nochmal an dieser Stelle und zum Abschluss nochmal, weil wir hier wieder die Lichter korrigiert haben, wegen dieser Stelle hier unten, setze ich nochmal final einen kleinen Sonnenklecks drüber, ziehe also nochmal eine Ellipse drüber. So. Und damit leuchtet dann alles wunderbar. Natürlich nicht ganz so extrem. Also Belichtung runter, Tiefen runter, weiß nicht verändern, Lichter auch nicht ganz so extrem. Wie gesagt, halt nur ein kleines bisschen, weil wir vorhin schon grundsätzlich hier etwas aufgehellt haben. Und so würde ich das dann auch wunderbar belassen. Und wir können sozusagen unsere fertige Vignette drüberlegen, unter Effekten, ganz leicht nach links, komplett weiche Kante, bisschen weniger. Und so ist diese Morgenstimmung wieder im Bild, so wie wir das auch erlebt haben. Wer jetzt hier am Schluss nochmal diese Farbtöne, dieses Grün, etwas wärmer machen möchte, damit es nicht ganz so aus dem Bild raussticht, dann gehen wir nochmal final zu HSL, gehen zu Farbton und schieben das Grün ein kleines bisschen in Richtung Gelb. Damit wird der Gesamteindruck beim Grün auch nochmal ein wenig harmonischer. Wer es von der Lichtstimmung ein klein wenig abendlicher haben möchte, geht bei Magenta nochmal ein ganz klein wenig nach rechts. Und so haben wir ein sehr stimmungsvolles Bild und genauso haben wir es auch erlebt. Nicht so, wie die Kameras initial fotografiert hat. Schauen wir uns den finalen Vorher-Nachher-Vergleich an. Ich klappe die rechte Seite ein. So, links ein Bild mit Potenzial, rechts ein Stimmungsbild mit einigen wenigen Klicks und selektiven Korrekturen in Lightroom gemacht. Hat es euch gefallen? Wie gesagt, ausprobieren, nachmachen und auf eigene Bilder anwenden. Funktioniert super schön. Und ich kann es noch nicht versprechen, aber das Thema haben wir auch deswegen rausgegriffen. Im nächsten Jahr, wenn alles klappt, vielleicht so kriegen wir etwas hin, wo wir in Lightroom auf Knopfdruck marmeladisieren können. Die Vorgänger-Version haben wir jetzt nur für Photoshop hinbekommen. Danke auch, dass ihr da sehr fleißig zugeschlagen habt und uns so tolles Feedback gegeben habt. Und wir werden oder planen auch eine Lightroom-Version. Wie genau, kann ich noch nicht verraten. Wird eine kleine Überraschung. Aber ansonsten, wenn ihr noch mehr Texas haben wollt, mehr Beispiele in Photoshop und in Lightroom, na klar, gibt es das Texas-Videotraining bei uns im Shop. Und für diejenigen, die sich noch ein bisschen sozusagen fit machen wollen, müssen, können, gibt es unser neues Baby im Portfolio. Das nennt sich Lightroom Unlimited. Auch hier, danke für euer Feedback bisher und ist für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene sehr schön geeignet. Da fällt mir noch ein, wir haben, weil es haben noch nicht alle sozusagen den Code genutzt. Es gibt einen Gutscheincode, wenn ihr noch plant, etwas im Shop zu beziehen, gilt bis 31.12.5 Euro. Also, Code ist auch unten nochmal im Text erwähnt, heißt PavelXmas18, aber schaut wegen der Groß- und Kleinschreibung nochmal hier auf den Schirm oder unten auf den Text. Und da es das letzte Video in diesem Jahr von uns für euch ist, wünschen wir euch auf jeden Fall, dass ihr zum Jahreswechsel noch super viel Spaß mit Freunden, Familie, Verwandten, Bekannten habt. Kommt gut ins neue Jahr, rutscht gut rein, habt ganz viel Spaß und wir sehen uns dann 2019 wieder und freuen uns dann dort auf euch. Bis dann und euch allen ein frohes neues Jahr.